Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video haben wir erkannt, dass wir uns mit Hilfe von Sekanten an eine Tangente herantasten können. Das klingt nach einer vielversprechenden Idee, die wir jetzt weiter verfolgen werden, aber davor sollten wir noch ein bisschen über Sekanten sprechen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Steigung von Geraden berechnen kann und die Ziele für dieses Video sind, dass wir gemeinsam den Begriff der Sekante auf Funktionsgrafen ausweiten und dass du die Steigung so einer Sekante berechnen kannst. Schauen wir uns folgende Situation an. Wir haben hier den Graph einer Funktion und zwar den Graph einer Funktion f mit der Vorschrift f von x ist 1,5 mal x hoch 3. Der Funktionsgraf verläuft durch zwei Punkte a und b und der erste Arbeitsauftrag lautet nun, die y-Koordinaten dieser beiden Punkte zu ermitteln. Nimm dir dafür kurz Zeit, posiere inzwischen das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Also gut, um die y-Koordinaten der beiden Punkte zu ermitteln, müssen wir einfach die jeweiligen x-Werte hier in unserer Funktionsvorschrift einsetzen und wir erhalten für die y-Koordinate von Punkt a 0,1875 und für die y-Koordinate von Punkt b 0,768. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen und zwar eine Gerade durch die beiden Punkte legen. Diese Gerade nennen wir dann eben Sekante von f durch a und b und von dieser Sekante wollen wir jetzt noch die Steigung berechnen. Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, posiere noch einmal das Video und wir vergleichen dann auch hier noch die Ergebnisse. Um nun die Steigung zu berechnen, können wir den Differenzenquotient Delta y durch Delta x betrachten. Delta y wie üblich die Differenz der beiden y-Werte, Delta x die Differenz der x-Werte. Also erhalten wir insgesamt diesen Ausdruck hier und damit eine Steigung von 1,935.